Facebook-Fanpages und was macht eine gute Fanpage auf Facebook aus? Mein Name Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie schauen Webseitemarketing.ca. Ich bin kürzlich auf einen Beitrag auf dem Aschable gestossen, den die Sites auf Facebook aufgelistet hat, die Fanpages, die am meisten geliked wurden. Dabei habe ich mich dann gefragt, was macht es aus, dass eine Seite viele Likes kriegt? Klar, das sind riesige Brands, die kennt man natürlich, sind amerikanische Firmen, kommt noch dazu im B2C-Bereich, aber trotzdem gibt es eine ganze Serie von Punkten, an die man sich halten sollte oder auf die man schauen müsste, wenn man so eine Fanpage aufsetzt, damit sie eben das Potenzial dazu hat, auch erfolgreich zu werden. Gut geliked wird, gut besucht wird, einen schönen Dialog darauf abläuft. Und ich habe mir überlegt, was das für 10, 12 Punkte sind, in meinem Fall sogar sind, und habe die mal aufgelistet, werde die kurz erklären, erläutern und dann anhand von Coca-Cola und der INM-Fanpage auch aufzeigen, was das bedeutet und ab dem heutigen Tag dann auch immer wieder mal eine neue Seite da reinnehmen, die bewerten, damit man so ein bisschen sieht, wie denn die anderen, die Mitbewerber eben aufgestellt sind. Schauen wir uns die Liste kurz an. Das sind die 12 Punkte, Punkt 1, Vanity URL. Der Vanity URL, der steht hier oben drin, das heisst, hier müsste auch was gehen ohne genau diese Hieroglyphen. Kommt auf, die Seite gibt es, also habe ich diesen URL mal reserviert, Punkt 1. Punkt 2, Profilbild mit Logo, auch das ein wesentlicher Faktor, klar, die stellen hier eine Flasche hin, muss drauf sein, bei uns schaut das so aus, aber auf jeden Fall, das Logo muss drin sein, gut erkennbar sein. Dann den Fotostrip, das ist das hier oben. Das habe ich hier bei uns auch, und hier sieht man auch, da hat man sich ein bisschen Gedanken gemacht und hat da was reingepackt, das eben passt. Die Reihenfolge kann man nicht definieren, was aber da drin ist, das kann man definieren. Bei Coca-Cola ist das nicht der Fall, vielleicht auch ein Problem, dass hier sehr viele Bilder getaggt werden, auf denen dann Coca-Cola draufsteht, klar, darum haben die das ein bisschen schwieriger zu kontrollieren, trotzdem sollte man hier diesen Fotostrip schön ausbilden. Dann haben wir den Infotab abgefüllt, der Infotab ist hier drüben, unter der Pinnwand, da steht logischerweise was drin, auch bei uns, kurz reingeklickt, die Informationen sind vorhanden, hier kann ich natürlich noch weitere Internetadressen oder auch Kontaktinformationen angeben, und ein wesentlicher Faktor, das also auszufüllen, die ist der Infotab. Dann haben wir eine Welcome-Page, das haben wir vorher gesehen bei Coca-Cola. Wenn ich nur Coca-Cola eingebe, nur diese Seite aufrufe, diese Fanpage, dann komme ich hier auf diese Seite, das ist so eine Welcome-Page. Ich komme hier nicht automatisch auf die Pinnwand, sondern über das Home komme ich hier auf eine spezielle Seite, in dem Fall ist das ein Wettbewerb, das wäre der Punkt, ist hier auch erfüllt. Dann Standard-Tabs, Foto, Video und Events, da müssen mindestens zwei oder drei drin sein, würde ich mal sagen, die haben die drin hier und haben sie auch schön abgefüllt. Sicherlich was Wichtiges, dass ich die Bilder hier reinposte und nicht auf die Pinnwand selber drauf. Dann den Call-to-Action, das hatten wir vorher beim Wettbewerb. Hier also, ich muss zuerst Gefällt mir drücken, bevor ich überhaupt am Wettbewerb teilnehmen kann. Das ist wunderbar gelöst, auch der Punkt hier logischerweise. Dann individuelle Landing-Tabs, ich glaube, da hat es hier genug House-Rules und dann unten drunter ganz viele eigene Tabs, die irgendwann mal ein Wettbewerb waren oder sonst Informationen sind. Auch das ist hier drauf. Dann Empfehlungen, gefällt mir aus Sicht der Seite, das fehlt hier komplett, das kann ich hier kurz zeigen, das sind unsere Gefällt-Mirs hier drüben, also wir liken auch andere, das ist ganz wichtig, denn so geht natürlich die ganze Interaktion los. Da würde ich auf jeden Fall das reinpacken und würde es dann auch anzeigen. Dann den Status-Update, ist das kontinuierlich gemacht, das kann ich bei Coca-Cola nicht zeigen, weil da posten vor allem die anderen, ausser ich klicke hier drauf und dann da oben Coca-Cola. Dann sehe ich, dass auch Coca-Cola hier offensiv dabei ist zu posten, hier vor einer Stunde, vor 22 Stunden. Ich würde mal sagen, so 1-2 am Tag müsste man da rausschreiben, passt also auch. Dann Pinnwand-Dialog, logischerweise, also gibt es hier Kommentare, da muss ich die schon gar nicht reinschauen. Wenn wir da bei uns mal reinklicken, dass man einen Vergleich hat, fehlt der eher, man hat mal ein Like, es gibt mal einen Kommentar, aber nicht wahnsinnig, aber trotzdem ein bisschen was läuft hier. Und den Infoteil ausgefüllt mit URL und kurz. Das ist hier am Anfang die URL schreiben, dann schreiben, was man macht. Ganz ein wesentlicher Faktor also auch. Das sind also die zwölf Punkte, die ich bewerte, wenn ich das bei Coca-Cola mache oder jetzt, wie ich es gemacht habe, kurz durchgehe, gibt es pro richtig erfüllten Punkt einen Punkt. Dann kommt Coca-Cola auf 10 der maximal 12 Punkte. Nun, das sind die anderen Top-10-Sites, die werde ich natürlich jetzt in folgenden Folgen durchgehen und dann natürlich auch andere, ich sage mal Schweizer, dazugehen. Wenn ihr euch für irgendeine Seite interessiert, die ihr bewertet haben möchtet, dann würde mich das natürlich hier interessieren. Schreibt mir, schreibt es unten in die Kommentare, im Blog rein oder bei meinen YouTube-Videos, dann schauen wir uns die auch an. Also, Kommentare, wie immer, hier, seht ihr es gleich, habe ich was vergessen, würde mich freuen. Mein Name, Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben Website-Marketing.ch geschaut.